So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun haben wir die Mütze ja gefunden, deshalb werde ich jetzt direkt mal zu Valentine latschen und ihr die Mütze wiedergeben, damit das gute Mädchen keinen Sonnenstich bekommt. Und außerdem können wir uns dann gleich mal anklotzen, was da die Alte drin will. Ja, so. Gleich mal reingehen. Können wir auch wieder Öl in die Tür. Das ist echt eine traurige Sache hier. Problem mit der Zunge. Hey Leute. Die Kuh bewegt sich. Genau, kleine. Clementine. Habe ich von Valentine gesagt? Total verwirrt. Valentines Tag ist schon total verstört. Was ist das Ding? Daddy sagte, es ist ein Salzlick. Ja, aber nicht licken. Es ist gross. Du hast es licken? Ich weiß nicht. So. Wenn wir einem kleinen Mädel die Kappe wiedergeben hier. Hier, Clementine. Ich weiß nicht, dass du ihn findest. Ich weiß, dass du ihn findest. Ich weiß, dass du ihn findest. Nein. Oh, oh. Nein. Ich weiß nicht, dass du ihn findest. Okay. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, ob du noch etwas gesehen hast. Okay, ich will. Hey, Lee. Du denkst, dass du immer Kinder haben? Äh. Stimmt. Das ist schön, ja, ist das wunderbar. Ja, gern doch, immer gern. Die alte. Erstmal kurz. Das ist cool. So, was mit dem? So, wie geht's mit dem alten Rind? Ja, besser, jetzt haben wir Doc auf der Kase. Wir haben diese Frau in den Wurzeln kennengelernt. Sie hat wohl deinen Bruder kennengelernt. Ja, er spricht wahrscheinlich ein bisschen mehr als du sollst. Wann denkst du, dass wir essen könnten? Das ist gut, wenn die... Solange die Mutter kocht, ist das alles fresh. Und das ist schön. So, wie geht's mit dem Klebup? Hast du nichts verloren? Nein, nicht wirklich. Ach, nicht dran. Hm, das schmeckt lustig in hier. Die Kiddies. Kann ich mit der alten überhaupt reden, da? Nö. Nö. Don't try it. So, was haben wir hier? Uhuhu. Lass mal da reinschauen. Seltsame. Da ist nix drin, ne? Warum kann ich überhaupt reinschauen, wenn da nix drin ist? Bestimmt irgendwo ist bestimmt was. Ich sehe es kommen. Ah, noch ein Leckstein. Oh. Oh. Genau. Okay. Bleib erstmal locker bei deiner Mutti. Bei der Mutti. Die alte Mutti. Jetzt haben wir doch... Ach du Scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist nicht blöd. Wenn du was lest, dann können wir... Gut. Ich würde mal sagen, gehen wir mal gucken, ob wir was zu fressen kriegen. Ist das abgesperrt? Gut. Du hast es auch gefunden, oder? Lee, sie schüren etwas hinter dieser Tür. Ich muss kurz schauen. Sie haben Koffer, Koffer. Etwas metal und schärfes. Keine Angst. Keine Angst. Das ist mein Job, dass ich mich angenehm bin, Lee. Ich habe jetzt meine ganze Familie auf dieser Form. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir Clem? Ich weiß, dass du es nicht verraten kannst. Ich weiß, dass du es will. Schau dir. Der Mann mit Katja. Was ist sein Name? Er hat es richtig festgelegt, wenn wir in. Ich habe definitiv gehört, Lee. Was? Mein Punkt ist, wir müssen sicher wissen. Also, geh holen einen Hammer oder was. Und ich habe das Ding in eine Minute. Du gehst mich auf, in case die Farmers kommen. Du gehst, Mann. Ich denke das. Du schraubst das Lock. Dann was, wenn du falsch bist? Du schraubst deine Chance, um ein gutes Essen mit diesen Kindern zu retten. Du hast dein Kopf, Kenny. Du hast dein Kopf, Kenny. Professor, was hast du in mir? Ah, was? Was? Was wenn ich mache? Erst mal was fressen. Nur weil ich schwarz bin. Genau. Es liegt alles an Florida. Hm. Was? Was? Siehst du die Schrauben? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside it, then replace it all again, like nothing ever happened. Genau. Okay. So, das ist gut. Du hast einen Platz. Ich werde mich auf den Mann mit dem Kugel. Andy. Scheiße, ich dachte, das war Danny. Alles klar. Kann ich helfen, du, Mann? Ich helfe dir, wenn du etwas findest? Oh, hallo. Oh, hallo. So lange noch lebt, ist alles okay, ne? Wenn das natürlich abgenuppelt wäre, wäre das nicht mehr so schön. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Hey guys, seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. Ablenken, ablenken, du da. Du da. Okay, irgendwas vor dem Stahl. Wobei ich natürlich auch, ganz ehrlich, erstmal ein Schraubenzier brauche ich, bevor ich da irgendwie anfange großartig die Schrauben rauszudrehen, ne? Was macht denn der Alte? So. Wie könnte man ihn ablenken? Also nicht ablenken. Ablenken. Heu. Genau. So. Irgendwas. 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 Zum ablenken. Ablenken. Oh. Oh, da. Die Alte steht immer noch da rum. Ganz cool. Quatsch mal kurz mit der. Okay. What's going on, Lee? Did something happen? Kenny thinks they're high or something. I'm not sure what exactly, but we're starting to get a feeling about this place. I don't know. Maybe we should go have a look in that bar. Whatever you do, just be careful. I don't know. I don't know. If we just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. Tja. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. Oh, I know. That's what I just said. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. Yeah. It's been three months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah. Well, don't expect that to change. That's just how he is. Toll. He's not a bad guy. He's got a lot of things. He's been through so much. I lost. He's all so a bunch of things. Good. And he's hardened. Yeah, he's bitter and hateful but that's all just to protect himself and me. All he's got left in the world is me. Logischerweise. Gut. Ich bin immer da vorsichtig. Brutal. Ah. Klasse. Ich bin links und Schraubenzieher so ein Scheiß. Da hinten weg soll ich Koffer das bestimmten Schraubenzieher drin. Ja es ist fast genauso gut wie ein Schraubenzieher. So. Jetzt haben wir das. Jetzt muss ich ihn nur irgendwie ablenken. Klick. So. So. Und jetzt war es das jetzt oder was. Hallo. Soll ich nochmal raushauen oder wie. Damit er dann mal langsam nach der Sicherung gucken geht. Oder wie auch immer. Aber ich muss ja eigentlich zu dem Zeitpunkt rein. Das gibt es denn nicht. Sag mal. Mensch Junge. Geh doch mal. Ein bisschen. Da kann ich ja noch irgendeine Möglichkeit. Ah ja. Aha. Ja. 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 Da. Wir sind ja ganz wichtig. Ja. Ja, das habe ich zugeschraubt. Ja. 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 Jetzt riecht er sich total auf den Lappen. Weiß, das ist natürlich meine Möglichkeit zu schauen was hinter dem Ding los ist was dort abgeht. Wobei es eigentlich totaler Schwachsinn wäre. Wir müssten eigentlich erstmal was essen. Gehen wir lieber erstmal zur Frau, damit die Kinder auszupressen bekommen. Warum kann der Typ eigentlich nicht rennen? Ist wieder voll am rumknacken hier. Genau. Zieh ich mal ab. Auf die Abzulenke. Legen wir die Leid ab. Die soll was kochen. Das kann nicht angehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Von der Story her gibt es gar nichts zu essen. Ja. Das ist gut. Ich gehe weiter umschauen. Weil ich frag bestimmt nicht was die Unstreitluft bewahren. Das gucke ich dann selber an. Hm. Glaube ich nicht. Weil der Strom der ist weg. Ach ach ach. So. So. Jetzt gehen wir rein. Wir wirfen mal einen Blick rein was da hinten abgeht. Lasset uns das ganze anschauen. Du da du da. Du da du da dein. So. Warum ist eigentlich wenn ich da drin bin draus Nacht und wenn ich raus bin draus Tag. Versteh ich mal wieder nicht. Ja. Ja alles klar. Darf ich das ganze hier allein machen. Sehr schön. Jetzt ernsthaft jede einzelne Schraube. Ich glaub es nicht. Ich glaub das alles nicht. Warum lässt der überhaupt die Schrauben fallen hier. Der muss aufheben du. So. Jetzt lass mich mal kicken was da drin ist. Ach du scheiße. So. 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 Na, 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 na. Ach du Scheiße. Ich glaube nicht, dass das so besonders ist. Ist das ein Hannibal oder so? Ja, ja. So. Alles klar. Ich gehe mal an, gebe ich die Hände waschen. Aber eigentlich doch nach Marc schauen. Das Ganze allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein!